Okay, so weit, so gut. Was ich natürlich jetzt brauche, ist Glas. Ganz viel Glas. Habe ich da schon was dabei? Natürlich nicht. Habe ich denn überhaupt viel Glas? Das ist die nächste Frage. Wir gucken einfach mal. Ansonsten schmeiße ich hier ein bisschen Glas in den Ofen. So, wir gucken mal. Glas. Ob das reicht, ist natürlich eine gute Frage. So, mal das weg, das weg. Die grüne Wolle, die Erde, die Eier. Ja. So, das mitnehmen. Und das mitnehmen. So, wir werden uns gleich mal ein bisschen Sand mitnehmen. Um noch ein bisschen Glas zu brennen. Wenn denn der Ofen gerade frei ist. Aber es sieht so aus. Okay, einmal den hier reinschmeißen. Einmal den hier. Ist hier wieder. Ja, das Eisen ist wieder da unten. Aber ich lasse erst mal den Sand durchbrennen. So, gleich mal das Inventar. Äh, Inventar, genau. Gleich mal das Inventar hier reinschmeißen. Blaze, du bist heute wieder so gut. Muss ich ja sagen. So. Dann gleich mal hier zu machen. Das nächste ist dann... Man bricht sich die Beine. Noch eine Reihe. Das lasse ich mal frei. Ach ja, hier wollte ich ja noch gleich... Wo ist mein Destruction-Katalyst? Eine Reihe nach hinten gehen. Zack. Zack. Äh... Einmal geht noch. Und hier auch. Ja, der Sand wieder. Der Sand wieder. Der böse Sand. Das ganze Zeug einsammeln. Ja, das dürfte so passen. Das dürfte wirklich so passen. Hoffe ich jetzt mal. Habe ich eigentlich noch eine Schaufel in meinem blauen Säcklein? Ja, die sollten wir mal austauschen. Aua. Dass ich mir jedes Mal die Beine breche. Aber sieht schon interessant aus, das Ganze. Also finde ich jetzt persönlich. Wenn es natürlich dann noch läuft, das wäre perfekt. Aber das kann ich natürlich nicht versprechen. Also, normalerweise müsste es. Sagen wir es mal so. Es müsste laufen. Lief ja auf meiner Testwelt auch. So. Nein, der... Die waren beide zu viel. Weg, weg. Und ich sehe gerade. Ich hätte eigentlich für die letzte Folge schon einen Screenshot machen müssen. Und wieso ist eigentlich hier mein... Mein Wegpunkt schon wieder an? Off, off. Habe ich die vorhin auf on gestellt? So. Mal kurz einen Screenshot machen. Zack. Und auch schon wieder ab ins Bett. Was... Was sonst? Was eigentlich sonst? Was anderes als ins Bett gehen, tun wir hier ja eh nicht. So. Einmal schlafen bitte. Dankeschön. Ich würde gerne weiterbauen. So. Eine Runde fliegen. Wobei, was mir nicht gefällt, ist, dass das nicht so ganz, äh, ja, ja, synchron aussieht. Aber das soll mir jetzt im Prinzip egal sein. Ähm, das ist, das ist nebensächlich. Es geht rein darum, dass dieses Ding läuft. Und nicht, wie es aussieht. Klar, die Optik spielt bei mir schon immer so ein bisschen mit eine Rolle. So, ich mach das jetzt mal anders. So. Und ich sollte mir vielleicht einen kleinen Wartungsplatz offen lassen. Denn ich muss ja da nochmal runter. So, Glas. Glas. Zack, zack. Ach komm. Weißt du was? Ich mach das von hier unten. Warum nicht? So, gleich von der Seite. Ich mach jetzt hier vorerst mal alles zu. Bis auf die Sachen, ähm, wo Kabel nach oben gehen. Denn da kann ich, glaube ich, keines hinsetzen. Ne, geht nicht. So, wo man noch zu machen kann, ist hier. Und hier natürlich auch schon. Dass ich hier mal ein bisschen Platz habe, wo ich mich hinstellen kann. So, dann von der Seite. Das Glas reicht eh nie und nimmer. Gut, dass ich da noch was in den Ofen geschmissen habe. Ah, ist das anstrengend. Ist das anstrengend. So, wir haben kein Glas mehr. Holen wir uns eben mal eins. Zack. Ähm, das Glas war wahrscheinlich schon unterwegs in der Pipe. Aber natürlich. So, einmal das hier. Einmal das hier. Und hier war doch noch Eisen drin. So, erstmal das hier rüber schmeißen. Und das Eisen darüber schmeißen. Äh, schau. Habt ihr gerade gemerkt? Mein Hund hat mich angebellt. Äh, so, wo haben wir jetzt hier schon was? Wo ist mein Glas? So, mehr geht nicht. Hier kann ich noch zu machen. Genauso wie hier. Und hier. Und hier auch. Okay, das passt. Kann ich hier eigentlich runterfallen. Aber natürlich. Ja, aber das soll mich jetzt nicht weiter stören. Die Frage ist nur... Ach ja. Ach ja. So, jetzt geht's. Die Frage ist natürlich nur... Ähm... Wie ich das da mache. Ja, da muss ich gleich gucken. So, hier. Hier. Hier und hier. Okay, das ist soweit schon mal fertig. Das gefällt mir, dass man da unten rein sehen kann. Hm. Hier kommt quasi die Redstone-Engine. Ich brauche jetzt erstmal noch andere Pipes. So, was habe ich denn an Pipes noch dabei? Ich brauche die Distribution-Pipes. Das kann ich mal aus der Hand legen. Das die Kabel lasse ich mal noch da. Genauso wie das. Redstone-Fackeln brauche ich. So, ähm... Wo ist mein blauer Sack? Was habe ich denn schon dabei? Habe ich hier schon Redstone-Engines oder sowas gemacht? Sieht mir irgendwie nicht so aus. Außer ich bin schon wieder so blind und sehe sie nicht. Wir brauchen jetzt auf alle Fälle drei Kisten. Und drei Redstone-Engines. Jetzt gucke ich nochmal kurz in die Truhe. Ähm... Nein. Nein. Haben wir da hinten noch Kisten? Moment mal. Wo ist mein Schraubenzieher? Hatte ich den vielleicht hier in der Kiste? Genau den brauche ich. Wir lassen uns mal eben drei Redstone-Engines machen. Eins, zwei, drei. Request. Missing dry glass. Ja, das ist natürlich das Problem, wenn man das ganze Glas wieder rausnimmt. So. Zack. Eins, zwei, drei. Ne, drei nur. Request. Und Kisten brauche ich noch. Ha, da rasen meine Items wieder. Drei Kisten, das ist perfekt. So, als nächstes brauche ich Redstone-Pipes. Was haben wir denn noch an Pipes in der Tasche? Obsidian-Pipes. Ich brauche Redstone-Pipes und Gold-Pipes. Habe ich da schon irgendwas in der Kiste? Gold-Pipes. Gold-Pipes. Genau, drei Stück, das reicht. Aber ich brauche noch Redstone-Pipes. Die werde ich mir mal kurz herstellen, denn ich glaube, die habe ich nicht unten in meinem automatischen Crafting-System. So. Pipe, Pipe, Pipe. Ja, genau, Pep. Mhm. Pipe. Ähm. Redstone-Transport-Pipe. Das müsste die eigentlich sein. Ähm. Mal die Wolle hier rausschmeißen. Zweimal Redstone. Und einmal Glas. Okay, das passt auch. Ja, wie sieht es denn mit meinen Redstone-Engines aus? Sie sind auch fertig. Ach du Kacke. Mein Inventar quillt sowas von über. Sobald diese automatische Fahrmaschine fertig ist, muss ich mal wieder mein Inventar ein bisschen leeren. Ich sehe das schon. So, Türme vorsichtshalber zu machen. So, als nächstes muss ich jetzt mal kurz überlegen. Hier kommt die Redstone-Engine hin. Die könnte ich eigentlich gleich mal hinmachen. Und zwar. Redstone-Engine. Einmal hier die Kabel mal kurz auf die Seite legen. Genau, das passt so. Wobei. Doch, das geht. Doch, das geht. So, ich sollte mir vielleicht hier auch nochmal einen Wartungstunnel machen. Und zwar. Muss ich mal kurz überprüfen. Wie das aussieht. So, ich brauche das unisolierte Kabel. Und zwar einmal so. Ob das schon reicht, wenn ich hier jetzt eine Redstone-Fackel dran stelle. Sieht so aus. Das wäre perfekt. Na, läufst du an oder nicht? Ich lass dich mal kurz laufen. So, auf alle Fälle kommt hier auch noch eine Redstone-Engine hin. Wobei mir das gar nicht gefällt. Ich finde, das ist zu weit. Ach so, die kann ja gar nicht laufen. Moment mal kurz. Moment mal kurz. Mir fehlt doch schon wieder was. Also, wenn ich hier für alles, wie ich hier quasi rumlaufen würde, Geld bekommen wäre, dann wäre ich schon reich. Dann wäre ich wirklich schon reich. Haben wir keine Wooden-Transport-Pipes mehr? Spinne ich jetzt? Was wir hier für einen Materialverschleiß haben? Wooden-Transport-Pipe. Da haben wir sie doch. Aber normalerweise müsste die Redstone-Engine laufen. Denn, ähm, man sieht ja hier die Animation. So, wir setzen mal ganz kurz die Redstone-Engine, äh, die Redstone, die Wooden-Pipe drauf. Moment. So. Ja. Das geht. Das ist perfekt. So, das heißt, wir können die wieder weg machen. Das blaue Kabel hinsetzen. Und das passt mir, wie gesagt, noch überhaupt nicht. Den Timer, ich weiß, das ist jetzt doof, weil ich den Timer wieder neu einstellen muss. Aber, ähm, ich hätte den gerne hier. So, ich stelle den hier gleich mal auf ein bisschen länger. Dass hier der die ganze Zeit nicht die Klackgeräusche von sich gibt. So. Das heißt, wir können eigentlich mit diesem Turm hier hochgehen. Eins, zwei, drei, vier. So. Das heißt, hier muss aufgemacht werden. So, her damit. Der Counter muss, 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 äh, hierhin. Der stimmt sogar so. Boah. Ich war doch gerade erst im Bett. Und einmal hier nach oben. Das Ding muss aber ganz nach oben. So. Dann weißes Kabel einmal hier rum. Ich möchte das jetzt noch eben fertig machen. So, weg damit. Äh, nö, das war einer zu wenig. Genau. Schraubenzieher. Zack. Grünes Kabel, grünes Kabel. Ich glaube, ich sollte, ich sollte wirklich schlafen gehen. Der muss aber wieder umgelegt werden. Ich glaube, ich gehe mal schnell schlafen, Leute. Ich habe hier keine Lust, dass gleich ein Creeper irgendwo da unten ist und mir alles in die Luft sprengt. Das muss dann, da ist nämlich eh schon der erste Kamerad hier oben. Lass mich bloß in Ruhe. Zack. Ich darf da unten auf alle Fälle noch ganz gut ausleuchten, ne? Denn, wie gesagt, keine Lust, dass da unten irgendwann mal ein Creeper gammelt. Klar, solange ich nicht runtergehe, explodiert das Ding nicht. Aber, ja, man weiß es eben nie. Seht ihr das da hinten, ne? Da planscht ein Skelett in meiner Wasserpfütze. So, äh, ich stelle mich mal kurz hier drauf. Denn, ich sollte vielleicht mal kurz mein Schwert in die Hand nehmen. Genau, brenne Skelett. So, irgendwo ein Creeper? Nö. Dann gehen wir hier mal wieder nach unten. Hier irgendwo was? Ich hoffe doch nicht. Nö. Ähm, okay. Wir brauchen einmal das weiße Kabel. Ich wusste es. Ich wusste es. Wo kam dieses Biest her? Ach, du Schande. Ach, du Schande. Ne? Sag ich da nur. So, wir brauchen einmal Erde. Und zwar... Hier und hier. Boah, das kotzt mich jetzt ja an. Das, das ist schon wieder, wo ich mir denke... Ja. Ne? So viel zu dem Thema. So viel zu dem Thema. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. So, wie habe ich das denn hier gehabt? Ne, Moment. Hier muss offen sein. Oder? Ja. Hier muss offen sein. Boah, geht mir das gegen den Strich. Diese Creeper-Pest. Diese Creeper-Pest. Hm. Ja, das müsste jetzt eigentlich wieder... so stimmen. Da hat er mir natürlich auch das Glas rausgesprengt. So, Bundle-Cable. Müsste hier lang gelaufen sein. Dann fehlt mir hier natürlich ein Repeater. Der es zum Glück überlebt hat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist so ein kleines Problem. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Zack, zack, zack. So, hier fehlt was. Ach ja, hier fehlt ja ein Deployer. So, den hatten wir doch auch irgendwo. Oh, hier mal kurz. Äh, Moment. So. Okay. So, der ist auch angeschlossen. Moment. Da stimmt noch was nicht. Genau. Äh, weißes Kabel. Was mich das jetzt wieder Arbeit kostet. Jetzt habe ich ein weißes Kabel zu wenig. Ist das euer Ernst? Ist das wirklich euer... Du Dreckscreeper. Du kleines, mieses... Miststück. So muss ich das wirklich schon sagen. So, weiße Wolle. Und einmal hier das rote, weiße Kabel mitnehmen. Äh, geht, geht. So, hier. Stimmt das jetzt? Äh, Moment. Da fehlen noch zwei Blöcke. Jetzt glaube ich, passt das Ganze wieder. Das habe ich zwar... Moment mal. Jetzt weiß ich auch, warum die Kabel nicht gereicht haben. Das gehört noch eins nach vorne. So, jetzt aber. Okay. Rotes Kabel. Oder? Rotes? Ja. Rotes Kabel. Wo ist mein rotes Kabel? Hier. Zack, zack, zack. Okay. Rotes Kabel.